Hey Leute und willkommen zu Episode Nummer 65, der Trainerkörner, das heißt das letzte FIFA 13 Video hier auf diesem Channel, danach gibt es nämlich FIFA 14 Content. Und zu guter Letzt natürlich auch die letzte Episode dieser Serie. Ich muss mal ganz kurz den Fernseher leiser stellen, damit man den Sound im Hintergrund nicht hört, das wäre ungeschickt. Und es geht auch schon ins nächste Spiel gegen Wolfsburg. In der heutigen Episode werden wir zum einen natürlich dieses Spiel spielen. Es ist, wie ihr schon sehen konntet, ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich gehe nochmal kurz drauf, Saisonstatistik, Bundesliga, so. Denn wir sind auf Platz 6 mit einem Sieg, könnten wir theoretisch, sofern natürlich Schalke und Hoffenheim mitmachen, bis auf Platz 4 vor Rücken. Bei einer Niederlage befürchtet uns gar nichts, weil weiter runter als 6 können wir nicht, aber wenn wir Glück haben, kommen wir sogar noch auf den Champions-League-Platz. Was ganz cool wäre. Ich meine, es bringt uns im Endeffekt nichts mehr, weil wir danach fertig sind und so mit dieser Karriere. Aber es wäre dennoch ein schöner Abschluss, wenn man nochmal einen ganz guten Erfolg feiern könnte. In dieser Episode also werde ich dieses Spiel spielen, danach werden wir uns nochmal alle Sachen anschauen, also alle Statistiken, alle Mannschaftsberichte, die die ganzen Spiele. Und ich werde nochmal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen und so weiter. Ihr wisst das ja zum Abschluss halt. Wie dem auch sei, wir fangen jetzt gleich an mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Das letzte Spiel dieser Trainerkarriere also. Ich denke, ich werde, oder was heißt ich denke, ich werde auf jeden Fall in FIFA 14 weiter mit, oder eine neue anfangen, sagen wir es mal so, neue anfangen und zwar mit dem VfB Stuttgart. Das wurde relativ oft vorgeschlagen, das möchte ich persönlich auch machen, weil ich VfB-Fan bin und weil es dort einige interessante Spieler gibt, zum Beispiel Maxim oder auch Leute wie Werner und so. Wo ich gerne wissen würde, wie die sich entwickeln in FIFA und das wäre schon sehr interessant zu beobachten. Und von daher nehme ich die, weil sie eine gute Mannschaft haben, viele junge Spieler, Rochas auch ganz klar. Leitner zum Teil noch, der wird zwar wieder zurückkehren dann zu Dortmund, aber dennoch auch das ein interessanter Spieler und in allem. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall machen. Ich kann damit leider erst anfangen im November am 22., wenn die Xbox One rauskommt. Die habe ich mir nämlich vorbestellt und ich sehe es nicht unbedingt ein, für FIFA 14 dann noch auf Xbox zu kaufen, denn das wäre Geldverschwendung. Oh, das gibt es doch nicht. Ich meine, warum sollte ich so viel Geld ausgeben, 60 Euro oder was es kostet, nur um es zwei Monate spielen zu können. Deswegen mache ich es einfach so, dass ich diese Early-Release-Version, die es ja gibt, wo man halt diese, also ab gestern Abend bis zum Release von FIFA, kann man das schon spielen. Also vor Release schon spielen. Und da werde ich dann genügend aufnehmen, dass ich diese zwei Monate überbrücken kann. Und dann werde ich halt anfangen mit, ja, mit der Next-Gen-Version. Denn die Sache ist halt, dass man so, Ultimate Team und so weiter, das kann man mitnehmen von FIFA 14, Xbox 360, FIFA 14, Xbox One, beziehungsweise PS3, PS4. Allerdings wird das mit der Trainerkehre, beziehungsweise halt so Offline-Manager-Modus-Sachen nicht laufen. Im Normalfall, da steht jetzt, oder es ist jetzt nicht so explizit gesagt worden, aber es wurde nochmal so eine Liste veröffentlicht von Sachen, die eben mit rübergenommen werden können. Und da steht sehr vieles, aber nicht der Speicherstand von dem. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Von daher müssen wir wohl, oder müsst ihr, besser gesagt, und ich auch, darauf verzichten in den ersten zwei Monaten. Ab November, dann ab Release der Xbox One, werde ich dann anfangen mit der Trainerkarriere mit der VfB. Und mal schauen, wie weit wir da kommen. Ich denke, einige Saisons sollten wir auf jeden Fall hinhauen. Ich habe mal durchgerechnet, ich glaube, sechs Saisons kriege ich hin, wenn ich das Ganze so mache, wie ich es vorhabe. Was ja eine ganz gute Zahl ist. Und dann kann man auch die Spieleentwicklung gut beobachten. Bastost mit dem 1-0 für Wolfsburg. Schöner Kopfball, schöne Flanke, auch sehr schöne Flanke sogar. Aber dennoch macht es das nicht weniger ärgerlich. Aber das schauen wir uns nochmal an. Hier auf den Außen irgendein Typ. In die Mitte, da ist Bastost, zack, drin. Leali sieht ein bisschen unglücklich aus. Kann man jetzt machen. Ich muss auch sagen, es ist wieder ein bisschen ungewohnt, hier FIFA 13 zu spielen. Denn ich habe jetzt schon ein bisschen aufgenommen. Bei FIFA 14 ein bisschen gespielt auch. Und es ist einfach doch was ganz anderes. Man merkt es, die Ballkontrolle ist deutlich schlechter bei den meisten Spielern. Es ist alles ein bisschen langsamer auch zum Teil. Dafür ist aber die Ballmitnahme, finde ich, ein bisschen besser. Und Finesse-Shots sind overpowered wieder. Es ist also doch ganz klar anders. Mir gefällt es relativ gut. Ich fand FIFA 13 am Anfang etwas besser, als ich FIFA 14 jetzt am Anfang finde. Aber ich denke, da gewöhnt man sich ja relativ schnell dran an solche Dinge. Und Dinge, die man jetzt heute nicht so gut findet, ja, das merkt man in der Woche oder so nicht mehr. Und dann spielt man nochmal FIFA 13 und denkt sich, boah, wie könnte ich das mal besser finden. Ist ja meistens der Fall so. Und von daher, ja, sollte man das jetzt auch nicht überbewerten, weil, ja. Jedenfalls finde ich es auch gut, dass diese Finesse-Shots overpowered sind. Denn ich stehe auf Finesse-Shots, die sehen einfach cool aus. Und dieses Jahr waren es ja Flachschüsse, vor allem, finde ich. Zwar auch Schüsse auf den kurzen Pfosten, aber vor allem Flachschüsse. Und die haben mich einfach angekotzt, während Finesse-Shots schön sind. Die sehen cool aus. Und ich denke, da ist auch ein ganz gutes Gleichgewicht, weil in echt sind ja Finesse-Shots auch sehr gut. Und wenn ich jetzt von der Strafung könnte abziehe, dann kommt mein angeregter Schuss, wenn er so gut er, also wenn er gut platziert ist, dann ist er auch unerhaltbar. Und nicht so wie bei FIFA 13, dass ich da den Schuss bringe und der kommt einfach nur mickrig scheiße. So ist das hier nun auch wieder nicht. Und ich hoffe einfach, dass man da eine gute Mitte findet. Das wäre wünschenswert. Und ich denke auch, dass man das irgendwie hinkriegt. Das neue Chemiesystem bei Ultimate Team, das es jetzt irgendwie gibt, habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Es sieht relativ scheiße aus, aber wie das wirklich ist, das wird man, denke ich, mit der Zeit lernen. Ich habe da nämlich ehrlich gesagt keinen Plan, wie das ist, weil es wird sehr viel darüber gelästert, sehr viel darüber gemeckert. Ob es wirklich so schlimm ist, wie alle sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und möchte das auch gar nicht bewerten, ohne mich da jetzt ausführlich drüber zu informieren. Aber ja, darauf habe ich jetzt irgendwie keine Lust. So, die Ophio auf dem Weg zum Ausgleich. Denn ich werde euch mal den Flachschuss zeigen. Da kann man ganz kurz drücken, so, und die ist immer drin. Jedes Mal. Weil die flach aufs Eck kommt, der Torhüter stellt sich an wie ein dummes Kind. Und so weiter. Gut, in dem, in dem Zusammenhang war es jetzt sogar in Ordnung, weil der war schon okay geschossen. Aber dennoch ist das halt immer, immer dasselbe mit den Flachschüssen. Die kommen immer genau gleich und die kommen immer unhaltbar. Und das ist mir auch schon aufgefallen, ist nicht mehr so. Also die kommen teilweise auch mal dann zu zentral und nicht gut genug. Und deswegen sollte man auch auf andere Dinge setzen da. Aber genug zum FIFA 14 Talk, 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 yeah, Anglizismen und so. Genug dazu. Ich werde jetzt erstmal auf die Fragen eingehen. Es hat ja noch welche gegeben im letzten Part. Unter diesem Part braucht ihr übrigens keine Fragen mehr stellen, weil die Serie danach vorbei ist. Und im ersten Part bei FIFA 14 in zwei Monaten dann werde ich erstmal natürlich Transfergedöns machen. Also da werde ich auch keine Fragen beantworten. Dann kommt schon wieder der geschnittene Part. Also habt ihr da genügend Zeit zum Fragen stellen und das sind ja auch noch zwei Monate hin. Also aktuelle Fragen zum dannigen Zeitpunkt, sofern es das Wort dannig gibt, was ich irgendwie bezweifle. Wäre, also ich meine, das sollte jetzt so ein bisschen das Gegenteil von jetzig sein, aber dannig, äh, gibt's, gibt's glaube ich eher nicht. Bezweifle ich zumindest. Ja, könnt ihr ja dann stellen und, äh, braucht ihr jetzt noch nicht, weil die werde ich ohnehin nicht lesen unter diesem Part, weil das ist dann einfach der Abschluss. Und dann ist hier Ende. Ich werde auch in die Beschreibung, wenn wir gerade so ein, so ein kleines Zeitding ins reinhauen, falls ihr nur die, die Endbewertung sehen wollt und nicht das ganze Gameplay. Okay, weil, ja, gibt's ja bestimmt auch vielleicht die Leute, die einfach noch so kurz mal schauen wollen, wie das alles lief und nicht unbedingt jetzt das ganze Gelaber noch hören wollen, ähm, das ich hier von mir gebe. Also auch das werde ich sicherlich in der Beschreibung einschließen, sofern ich dran denke. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch, weil ich sehr selten dran denke an solche Dinge. Ich sag immer viele Dinge und da tue ich's nicht. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. So, aber jetzt mal wirklich zu den Fragen. Erste Frage, hast du Haustiere? Jo, ich hab einen Hund, ähm, der ist mittlerweile... Lass mich nicht lügen, vier, fünf Jahre alt, irgend sowas, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Vier, glaub ich, viereinhalb oder so, irgendwas in den Dreh rum. Und den kann man auch in einem Video von mir sehen, von vor über einem Jahr. Ein Urlaubsankündigungsvideo, äh, wo ich halt unterwegs mit ihm war und das kurz währenddessen gefilmt hab, weil ich sowieso nichts Besseres zu tun hatte. Und ob ihr das findet, weiß ich nicht, gebt einfach mal Urlaub oder so ein bei meiner Channel-Suche, dann findet ihr das, dann seht ihr den Hund, der mega süß ist und mega cool. Und alles. Ein Mischling aus... Oh Gott, Australian Shepherd haben wir dabei, ich glaub zur Hälfte. Und dann noch ein Viertel Labrador und ein Viertel Golden Retriever. Irgendwie so, also die ganzen coolen Hunde vereint. Was kann man mehr wollen? Und dazu ist er einfach nur cool. Ähm, ja, und heißt Barney. So wie Barney Stinson oder Barney, äh, Saufkopf von Simpsons. So, ja, ähm, ja, so viel, so viel zum Haustier, das hab ich jedenfalls. Wir hatten auch mal Mäuse. Äh, wie hießen die? Wüstenmäuse waren das, glaub ich. Ähm, Eddie und Sammy hießen die. Diese ganzen pseudo-englischen Namen immer, ne? Aber das ist schon ein paar Jahre her. Die sind beide nicht mehr am lieben. Und ansonsten haben wir keine Haustiere, soweit ich weiß. Also zumindest keine, die gewollt sind. Wir haben vielleicht im Keller irgendwie eine Maus, aber das ist dann nicht unser Ziel gewesen. Ja, ähm, dann. Was denkst du, wer hat das größte Potenzial? Max Meier, Leon Goretzka oder Seat Kolasinac? Bruh, gute Frage. Also entweder Goretzka oder Meier. Ich würde am ehesten Meier sagen. Goretzka ist zweifelsohne auch ein sehr guter Spieler, aber... Ja, schade, ich dachte schon, ich könnte es verhindern. Ähm, aber ich denke, er ist nicht ganz so gut wie Meier. Ich kann es natürlich nicht bewerten. Ähm, ich denke, beide sind ungefähr auf dem gleichen Niveau. Vielleicht sogar Goretzka mehr, keine Ahnung. Ähm, ich finde nur diesen Hype um Goretzka ein bisschen übertrieben, den es da gab. Gerade beim Wechsel und so. So von wegen, ja, der kommende Jahrtausend-Millionen-Star-Messi und Maradona hoch 7 und so. War ein bisschen übertrieben. Gut, so extrem war es natürlich auch nicht, aber... Ähm, doch schon sehr... Sehr, sehr übertrieben teilweise. Alter, weg damit! Nein! Boah, Dusel. Dusel, Dusel, Dusel. Aber ich denke, Goretzka und Meier nehmen sich nicht so viel bei, der haben super Ansätze. Und, ja, wird man dann sehen, wer weiterkommt. Ich traue es beiden zu, eine super Entwicklung hinzulegen, weil sie beide sehr talentiert sind. Aber wer wirklich was und wie weit bringt, wird man sehen. Dann, denkst du, dass sich Schneider langfristig als VfB-Coach durchsetzen bzw. etablieren kann? Es wäre wünschenswert. Der letzte Trainer, den wir lange Zeit hatten, war Labbadia. Den hatten wir zweieinhalb Jahre. Ähm, also zwei Jahre zu viel. In etwa. Und es wäre schon sehr geschickt, wenn wir endlich mal ein bisschen Konstanz auch reinbringen könnten. Ich traue es Schneider zu, ist ein guter Trainer, wie ich finde, der auch vor allem halt auch aus dem Klub kommt, der sich auskennt, der schon lange hier ist. Der Spieler hier war, dann, ähm, jetzt die U17 trainiert hat, dementsprechend natürlich auch ein bisschen mit der Jugend mehr zu tun hat, als ein Labbadia, der halt die jungen Spieler eigentlich nie eingesetzt hat. Beziehungsweise das, das übliche Labbadia-Manöver gebracht hat, einen jungen Spieler, zum ersten Mal reingehauen, der hat super gespielt und dann zwei Jahre nicht mehr oder ein Jahr. Das war bei Holzhauser der Fall, das war bei Rüdiger der Fall und das wäre bestimmt auch bei Werner der Bieder der Fall gewesen. So wie man Labbadia kennt. Ähm, ich bin froh, dass Schneider jetzt da ist. Er ist auf jeden Fall deutlich besser als Labbadia. In meinen Augen. Labbadia ist nämlich ein Trainer. Der hat das Problem, er kann keine konstanten Leistungen bringen. Als er kam, hat er uns vor dem Abstieg bewahrt. Das wäre sehr gut, aber, ja, danach war halt nicht mehr viel. Er hat es zwar auch geschafft, uns in europäischen Wettbewerb zu spielen und so, aber letzte Saison war es schon sehr schwach. Man hat halt das Pokalfinale gehabt und das lässt dann immer so ein bisschen diese doch schwache Saison, ja, überschattet das. Scheiße, ich glaube, das verlieren wir. Okay, wir müssen uns also mit Platz 6 zufrieden geben, offenbar. Schade. Ähm, was halt ich ein bisschen blöd finde, aber generell war das Problem halt mit Labbadia egal. Wo er war. Er war anfangs erfolgreich und dann danach kam halt einfach nicht mehr viel. Er war bei Dortmund und bei, äh, bei Dortmund, bei Hamburg und bei Leverkusen. Anfangs sehr gut und dann irgendwann hat es stagniert und dann lief es einfach nicht mehr. Und das ist lange. Und dann wurde Schluss gemacht und dann kam ein neuer Trainer und es lief wieder. Das sieht man bei Leverkusen. Sie sind mittlerweile, äh, ganz klar die dritte Macht in Deutschland hinter Bayern und Dortmund. Muss man sagen, weil sie halt doch sehr, sehr gut spielen und alles, ähm, mit Sami Hübje als Trainer. Das hätten sie mit Labbadia nicht, beziehungsweise, ja, hätten sie auf gar keinen Fall geschafft mit ihm, denke ich. Und auch in Hamburg lief es anfangs gut und dann nicht mehr gut. Ähm, Hamburg ist generell, glaube ich, eine schwierige Station. Äh, aber Hamburg hat auch das Problem, dass sie sich immer wieder Scheißtrainer holen. Ich meine, Thorsten Fink und Labbadia sind im Grunde dieselbe Person. Der eine hat halt komische, lange, dunkle Haare und der andere hat kurze, weiße. Beide sind, beziehungsweise, Fink ist noch schlimmer als Labbadia, finde ich. Weil Fink ist einfach arrogant und, ja, wie soll man sagen, also ich kann ihn gar nicht leiden und als Trainer kann ich es nicht bewerten, aber als Mensch kann ich ihn überhaupt nicht leiden. Und als Trainer fand ich ihn auch jetzt nicht optimal, weil halt vor der Saison dann, glaube ich, auch so Worte wie europäischer Wettbewerb über die Liga gefallen sind. Und man sieht, wo es hinführt. Nämlich, Hoffenheim letzte Saison hat genau die gleichen Ziele ausgegeben, beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr. Wären beinahe abgestiegen. Hamburg ist gerade auch gut dabei, auf Abstiegsplätzen und im Abstiegskampf zu landen. Und da sollte man halt schon aufpassen, finde ich, auf solche Dinge. Ich wechsle mal noch kurz, wird zwar sowieso nichts mehr ändern, wir haben verloren, offenbar, aber schade da nicht. Markowitz kriegt nochmal eine Chance. Diolofio gefällt mir nicht so gut. Alonso kommt rein. Alvarez kommt auch rein für Fernandes. Und vielleicht läuft er mit den, obwohl, nein, wir haben noch 10 Minuten, als ob wir das Spiel noch drehen. Aber ich gehe mal offensiv. Die Hoffnung stimmt jetzt zuletzt. Dann, wie findest du den Start von Augsburg? Für die Vereinsverhältnisse sehr, sehr gut. Ich meine, das letzte, also sie haben jetzt 9 Punkte, glaube ich. Das letzte, in der letzten Saison hatten sie 9 Punkte nach mehr als 20 Spieltagen, soweit ich weiß. Jetzt nach 5 gehabt. Oder nach 6. Was schon sehr gut ist. Und Augsburg ist eigentlich eine coole, ja, kann nicht ganz gut leiden, die Mannschaft. Mit dem Auftritt gegen VfB haben sie sich nicht gerade sympathisch gemacht, weil sie alle extrem einfach fielen und rumsimuliert haben. Und auf der Gegenseite aber auch sehr hart gespielt haben. Und was halte ich vom FC Köln? Köln fand ich früher, ja, mochte ich früher eigentlich sehr gerne. Habe ich bei FIFA 06 auch so eine Karriere hier gemacht mit Köln. Dann noch Matip und so gespielt. Also Marvin Matip, nicht Joel Matip. Und Tor, Vorlage von Adrian. Komm, das holen wir noch. Wir haben noch eine Minute. Los jetzt. Erstmal Tor und Hüte umrammen. Und dann, was erwartest du dir von FIFA 14? Das habe ich ja schon ein bisschen gesagt, was ich davon halte. Was ich erwarte, ich erwarte, dass es ein gutes Spiel wird. Daran glaube ich auch. Aber auch das ist eine Frage der Zeit. Bislang finde ich es okay. Nicht sonderlich super, aber auch nicht schlecht. Und wie genau ich das dann im Endeffekt finde, wird sich, denke ich, in ein paar Wochen oder so zeigen. Wenn es auch offiziell released wurde. Und, ja, ich es ein bisschen länger gespielt habe, als jetzt nur ein paar Stunden. Von daher, wartet es einfach ab. Dann werdet ihr schon eine Antwort auf diese Frage bekommen. In irgendeinem Video. Das versichere ich euch. Ah, Alonso, der muss sich besser freilaufen. Komm, das packen wir noch. Wir packen den Ausgleich noch. Markovic. Ivan Markovic, ja. Ja, spiel den Ball. Aha, Adrian. Adrian, komm, sei der Held. Nein, ist er nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen. Okay, dann ist es halt vorbei. Wir verlieren 2 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg. Bleiben auf Platz 6, wie es aussieht. Ja, auch immerhin internationales Geschäft. Jetzt nicht das, was ich mir hätte erwünscht, was ich mir erwünscht hätte. Aber, ja, kann man ja nicht ändern, bekanntlicherweise. Und von daher möchte ich da jetzt auch gar nicht groß rummachen. Immerhin, ja. Nationaltrainer auf Herzen. Natürlich nehmen wir die an. Jetzt, wo wir aufhören mit dieser Trainerkarriere. Alles ablehnen. 7,5 Millionen. Zusätzliches. Oh, das ist nicht schlecht. Bringt ja bald auch nichts. Ähm, ich würde mal sagen, die Saison ist ja vorbei. Ich gehe jetzt mal weiter und passiert da noch irgendwas? Ne, passiert eigentlich nichts mehr. Da kommt jetzt hier so die Saisonabschlussrede oder die Saisonabschluss-E-Mail halt, wo dann irgendwie drinsteht. Da ist jetzt auch vorbei. Äh, dies und das und Prüfstand und bla und huiuiui und tralada. Aber mehr halt auch nicht. Ja, das ist ja schön und gut. Ja, löse auf, hau weg mit dat Ding. Braucht keiner mehr. Ah, jo. Ähm. Jürgen an Harushi, schön. Schön. Was haben wir da noch so? Der sieht gut aus. Hüpflichten wir da los. Warum mache ich das eigentlich gerade? Egal, ich will jetzt einfach auf diesen Abschluss-Screen kommen. Ich denke mal, da kommt am Ende vom Mai. Ende des Monats Mai. Denn jetzt sind da bestimmt noch irgendwie so komische Wettbewerbe oder so am Laufen. Ja, das sieht gut aus. Gleich haben wir es geschafft. Na los. Na los. Na los. Okay. Es scheint irgendwas berechnet zu wollen. Ja, komm, leck mich doch mit deinem Scout-Team-Gericht. Jetzt meint ich weiter. Ich will den Abschluss-Screen haben da, wo dann irgendwie die paar Sachen zur Auswahl stehen. Dann will ich hier aufhören, denn das Video wird schon wieder unnötig in die Länge gezogen. So, jetzt aber. Schlussende aus jetzt hier. Hä? Ach, leck mich doch. Okay. Gut, das ist das Ende. Ich schaue mir jetzt die ganzen Sachen hier einfach an. Ich habe jetzt genug davon. Ähm, okay. Wir sind also Sechster geworden mit 63 Punkten. Mit dem Sieg hätten wir tatsächlich vorrücken können auf Platz 4. Leider haben wir nicht gewonnen. Somit sind wir nur Platz 6. Aber auch das ist eine gute Sache. 19 Siege, 6 unentschieden, 9 Niederlagen. Kann man eigentlich nicht sagen. 71 Tore zu 45 Gegentoren. Äh, 71 Tore, das ist Liga-Spitze hinter Dortmund. Die haben 72. Also durchaus eine gute Statistik. Gefällt mir. Wie sieht denn die Spieler-Statistik aus? Torschützenkönig wurde mit 18 Toren Adrian. Da frage ich mich, was macht bitte Hüntela, dass der Zweitplatzierte auf der Torschützenliste nur 12, äh, nur 15 hat. Das ist schon ganz schön schwach. Auch bei Vorlagen ist Adrian ganz vorne. Ich meine 18 Tore, 17 Vorlagen, das sind insgesamt 35 Scoreback-Punkte. Wenn ich mich... Ja, doch 35. Eine Top-Quote in nur 34 Spielen. Wenn er überhaupt zu viele gemacht hat. Aber der Typ ist einfach auch richtig, richtig gut. Ähm, also falls ihr noch bei FIFA 13 eine Trainerkarriere macht, aus welchem Grund auch immer, was eigentlich nicht sinnvoll ist, aber egal. Dann nehmt euch auf jeden Fall Adrian. So viel steht fest. Was geht jetzt mein Controller aus? Boah, das ist so nervig. Der hat so einen blöden Wackelkontakt, dass der immer ausgeht, wenn ich irgendwie nur ein bisschen dagegen klopfe oder so, das ist richtig nervig. Und zu guter Letzt dann noch der Mannschaftsbericht. Zum Abschluss Leali plus 4. Insgesamt war... Ich glaube am Anfang war er irgendwie 71 oder so. Jetzt haben wir 81. 84 Flugparaden, 87 Reflexe. Ein sehr guter Toru. Der Abschlag ist hier relativ schwach. Der Rest sehr gut. Becker, ähm, schnell und stark und groß. Nein, nicht stark. Der ist nicht stark, der ist doch riesengroß oder nicht? 2 Meter und trotzdem nur 68 Stärke. Auch das gibt's mal anscheinend. Ähm, des weiteren Forster-Skills. Defensiv eigentlich ganz gute Sachen. Grätsche, 76 und so. Ähm, okay. Zuma, auch stark verbessert von 73, glaube ich, auf 80. Ähm, gefällt mir sehr gut. Schnell, groß, stämmig und stark. Vor allem kopfballstark. Und Kallas natürlich extrem schnell, extrem stark, extrem groß, extrem alles. Äh, extrem guter Spieler auf jeden Fall. Wurlams auch sehr gut verbessert. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, Fakuto Fernandes sowieso. Auch der ist riesengroß. 2,1 Meter. Casimiro. Auch ein sehr guter Transfer. Vor allem defensiv hat er sehr viel gemacht. Und einen sehr guten Schuss hatte er auch. Redmond, lange Zeit mein wichtigster Spieler. Oder zumindest einer meiner wichtigsten Spieler. Dann kam aber Adrian und hat alles wegdominiert in den letzten Jahren. Diolofeo gefiel mir ehrlich gesagt nicht gut. Ähm, ja, also mit dem wurde ich nie so richtig warm. Adrian, die Legende schlechthin. Natürlich. Kartlitz auch sehr gut. Koyas, den ich irgendwie fast nie eingesetzt habe. Aber der nicht eigentlich hätte einsetzen müssen. Ich meine, schau euch das mal an. 2,05 Meter. 77 Pace. 91 Stärke. Dazu die Spezialitäten. Lufthoheit und Stärke. Das ist der perfekte Verteidiger. Perfekte Verteidiger, ich sag's euch. Faruk Obraga, ähm, akzeptabel. Aguilon so gut. Markovic, Riesentalent. 16 und schon 71. Der wäre richtig gut geworden noch irgendwann. Der hätte bestimmt seine 86 oder so bekommen. Bin ich sicher. Brittos auch ziemlich gut, aber jetzt nicht so optimal. Ähm, Leandro Alvarez hätte auch mindestens paar 80 bekommen. Wenn nicht sogar 90 oder so. Gut, das ist halt ein bisschen hochgegriffen, aber trotzdem Riesentalent. Van Loo, ein akzeptables Talent. Äh, Ravi Perez, ein Scheiß-Talent. Äh, ja, und dann haben wir hier noch so ein paar Leute, die keine Sau kennt. Sinnloser Transfer. Okay. Sinnloser Transfer. Guter Spieler, aber nicht optimal. Scheiß-Talent. Sinnloser Transfer. Guter Spieler. Und dann der Rest halt ausgeliehen. Valencia, ja, keine wirkliche Entwicklung. Amtity auch nicht. Lamm auch nicht wirklich. Norgah hat schon ein bisschen, aber... Gut, und wenn sie ja halt. Und Wilena. Der ist auch nicht schlecht. Das war es jedenfalls. Ähm, ich habe es jetzt ziemlich in die Länge gezogen, glaube ich. Hier mit dem ganzen Zeug, weil ich halt so lange gewartet habe und so. Aber ist auch egal. Denn das war die letzte Episode von der Trainerkarriere bei FIFA 13. Und auch das letzte FIFA 13 Video auf diesem Channel. Ab jetzt folgen FIFA 14 Videos, und zwar Ultimate Team, sowie andere Dinge drumherum. Also Skillgames oder sowas kommt bestimmt auch mal. Ähm, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Also bis nächste Woche irgendwann mit FIFA 14. Bis dann und tschüss.